hallo und willkommen zurück bei korus so ich habe mir mal die achievements angeguckt weil das spiel macht so bock und wenn ich solche spiele habe dann würde ich auch gerne mal achievements machen ich habe nicht alle angeguckt weil viele spoilern tatsächlich ach so wir wollten jetzt den toten pilger machen und dann die nebenmissionen in den anderen gebieten zu machen nun gut machen wir den aber da gibt es ein da muss ich in einem drift drei gegner plan machen was ich den noch nicht habe das ist aber sehr interessant ja und natürlich muss ich hier einmal bei beherrschung hier die waffen voll machen und so und die fähigkeiten auch alle das wird natürlich ein bisschen was brauchen und das hier muss ich das tatsächlich auch machen ich kann jetzt natürlich nicht mit einem drift na toll sie sind einfach abgehauen sie sind einfach weg die arsch ist zwei habe ich jetzt im driftblatt gemacht und dann waren sie weg schweine aber theoretisch muss nicht mehr scannen habe ja alles erkundet ist jetzt so die gewohnheit aber gut dann werde ich mal versuchen nicht mehr zu scannen einfach in ruhe zu fliegen das ist aber es ist natürlich nicht und schaffst natürlich nicht nora nora du bist am Ende des accidenten nora 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 Es ist dein Weg alleine, Seeker. Geocorris! Unruhne! Ja! 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 Da ist tatsächlich was. Leaves of debris for the pilgrims. But there are still bodies floating. Good. There'll be a warning. They've wasted enough of our water supplies. Could Eldosiris' people be involved? Are you suggesting Eldosiris is killing pilgrims? The same people the prophet entrusted to his care? Maybe. He fears losing influence with so many of them here. The pilgrims are more faithful to the sacred guardians. And they tread, Cyrus. Vederated Eldor, it worked. I still have the other prototype. Do not let fear corrupt you, Legionnaire. No, I'm ready. I'll do it. Your loyal sacrifice shall cleanse you. In Chorus. Forza, that prototype weapon is still here. Somewhere. There. All traffic stopped. They will attack soon. If the weapon uses void crystals, I can detect it. Okay. I'll get close to those pilgrims groups. Please scan them, Forza. It's not here. Okay, it's not here. Forza, any leads? Nothing yet. How about them? No prototype weapon. We must find it soon. Let's check the other traffic lane. Stickgeschiff wird sein, oder? Scan. Please. Found it. Oh, don't I stick it there? There, after him. You should hold your fire. I know. The weapon. But he's fast. I must use my rights. He ran, when he saw me. You are a seeker in league with the sacred guardians. Why does the weapon control mean? Why do you give me many rituals when I can use them not to use them? Why do we give you many rituals if I can use them so much? Why do you use them not to use them? Also F doesn't work. Der Teleport doesn't work. Ich kann nur hier die Leertaste machen. Wir kommen näher. Tyrus! Kill den Trespasser. Nara, wenn du einen von Syrus'agent in den ÖPN, dann werden die Schmerzen. Ich weiß. Die Leute werden verletzt. Eins. Zwei. Kommt mal näher. Nein, ihr müsst näher kommen. Ich hasse euch. Und jetzt kommt der Eins. Also Eins. Leute, näher kommen. Ich bin im Drift. Ich muss noch zwei im Drift killen. Zwei. Sie kommen einfach nicht her. Ich muss noch einen killen. Komm schon, kommt näher. Komm schon. Drei. Wo ist das Achievement? Da ist das Achievement. Angeberin. So, jetzt muss ich noch zwei hier mit killen. Und ich muss generell mehr meine Gaben einsetzen. Ach so, was auch sehr interessant war. Ach so, was auch sehr interessant war. Es gibt eine Chief und das hat bis jetzt aber nur Nullen Leute. Man kann die Waffen upgraden. Man kann die Waffen upgraden. Da steht upgrade eine Waffe aufs Maximum. Aber wie upgrade ich die Waffe? Aber es ist ein Achievement, dass ich so eine Waffe upgraden kann. Also es ist ein Achievement, einmal die Waffen upgraden aufs Maximum und einmal alles auf Maximum. Da muss ich nachher nochmal nach dem Quest da reingehen. Hier sind zwei Spuren. Die eine endet hier. Give us the prototype. Seeker, shoot me. I'm already in chorus. My mission is in chorus. But you, you'll never go. Let's take them down first. I'll accept him. Yes. For now. And hit. We shall prevail. Perch the traitor. We must move faster. We must move faster. They're breaching. Kill them. Fire. Faster. We are unstoppable. Unstoppable. Never. No ships moving here. The core is unshielded. We're dead. We will. Keep on. Trey are in range. We must move faster. Dammit. So you burn. No pain. It stops us. I have to do three people in half of 20 seconds kill. Your face is dead. They are all dead. But hey, let's follow. Will you shoot? No. But this is a trap. Yes. But then can I not try to do more. I'm detecting massive energy spikes. This temple pillar is an amplifier. Shoot him. No, we stay on course. I have a message for you. I've been waiting for you, Naran. You couldn't resist the lure of such a powerful weapon. I knew you'd want it. Just like you couldn't part with your mighty ship. You know me well. Yes. We were the same. Until you betrayed us. Until you betrayed him. The weapon is charging. Yes. Out now. The right to the star. We made it out. And Cyrus will assume you died. Maybe. Maybe. At least the weapon is neutralized. I don't think that he was like. I mean, that was so easy. Come in. What was that, Nora? An open fight with Sara's legion? It's a declaration of war. It's the consequences of truth. Nora. Awan, you knew exactly what I'd do. Yes. It's just sooner than I expected. Will the Guardians fight? We would never strike. But we will acknowledge the truth you've revealed. He knows where this leads. It's inevitable. You still must complete the path of virtues. Then we'll take care of all this. I'll go to the Kinnock fields. Good. In chorus, Nora. But now I want to know if I can upgrade them. Or if that should be in the game. That's why there's an achievement. But it's not yet. That I haven't changed yet, I can't imagine. Or they might upgrade them something else. So. Maybe, that they should all Booster packs for a weapon. But first, where is the Hangar? Here. So. Oh, I can actually buy the one. Ah, no. Okay. Der ist auf Maximum. Der ist noch gesperrt. Gatling. Hier habe ich alle. Aber wie kann ich die upgraden? Oder meint der das hier tatsächlich mit? Dass ich hier einfach... ...so Gatling voll machen soll oder so. Keine Chiefment bekommen. Aber ich soll ja auch alles dann voll machen. Das geht ja gar nicht. Hm. Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt auch keine andere Option gesehen. Also entweder habe ich was vollkommen... ...übersehen. Oder das stimmt irgendwas mit den Achievements nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dass da noch was kommt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ganz ehrlich. Kann sein. Äh. Wir sind eigentlich dafür voll weit. So. Ich würde gerne erst die Nebenmission machen. Machen wir mal einen großen Bogen da drum. Ich bin wieder am Boosten ohne Ende. Äh. Äh. Am... Am Ehen. Am Scannen. Aber man kann ja immer irgendwas übersehen haben. Ist immer noch zu. Genau. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Wir befinden uns die Koordinaten von Awan's former Disciples. Any life signs? Du fragst mich für eine reliable Sensor-Gator in den Kanuk-Fields. Das stimmt. Aber ich muss sie finden. Diese Formationen haben nicht verändert. Ich habe gefühlt über dieses Labyrinth. Außer den Wäldern langen Schmerzen der Nacht. Das erzeugt alles Leben. Nein. Weil davon. Wie der Prophet. Ich hoffe, du gehst das gut. Nein. Es sieht wie ein Ritual-Gator. Komplett mit Psychic Totem. Es ist eine Erinnerung. Ich weiß. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Problem ging falsch. Also. Kein Ritual, dann? Na gut. Sie haben die Falschleiter. Vielleicht war das der Plan, das falsch zu machen. Das Schiff. Das Schiff. Ist die Pilot alive? Barely. Sie haben alle Systeme down. Sie versuchen zu schützen. Sie versuchen zu schützen. Sie müssen nicht die Disciple. Wir werden nicht lassen. Das kann nicht alles. Nein. 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 Besser. Ich brauche ihn selbst holeschen. Die Matthäusche geht weiter. Oh sch 73. Das sind die. Der Autopilot bleibt funktionell. Then send him off. Nokia is done here. And Seeker, my lessons best stay uninterrupted. Goodbye. Forza, we'll escort him out. And open a channel to Awan. Nora, what happened? An accident in Serene's class. So, she is putting them in danger. They must learn how it is out here. Without dying. These kids are our future. And now they've all gone silent for some special training. Nora, please. Keep observing their lessons. Awan. Okay, I will. Nora, out. Just observe. We'll see. Andere Seite. Awan knows what could happen when he asked me of all people to help. Man. Yeah. Woher? So. So. Where is that? jetzt also hier ist noch eine nebenmission tempel aber diese lektion ist anscheinend auf einer anderen karte nimika schon wieder schickt mich echt hin und her man hat ja kein langen ladebildschirm man ist ja eigentlich instant da von daher als würde ich die ganze zeit hier überlegen wie ich das ja noch meist mache okay das braucht gar nicht mehr so viel noch sechs gepanzerte nach einem sprung zerstört den habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft aber den muss ich auch vollkriegen drei gegner innerhalb von 20 sekunden nachdem du sie angesprungen hast da muss ich halt mehr springen und so gestörte gegen ein hindernis die 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 Sie sind wohl noch nicht trainiert. Die Freita hat viel von ihren Cargo auf dem Weg gebracht. Sie hat jemanden geholfen. Komm in, das ist Nara. Seeker? Sie sind verletzt? Sie wissen, das ist private property. Es ist sicher. Aber nicht dein. Was? Ich habe nur die Acolyte Serene gesehen. Ich habe das. Ich habe die Suppe genommen. Außer von denjenigen, die außerhalb. Ja, ähm, über das. Ich muss zu retten, was ich bereits habe. Können Sie vielleicht den Rest nehmen? Okay, ich werde die Cargo sammeln. Sie kämpfen. Just don't tell the Acolyte. Fine. Also er kämpft, ich sehe gar keine Gegner. Ich würde ja lieber kämpfen. Was? Ja. Ja. Entschuldigung. 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 Was ist das hier? Das Cargo hat Food Supplies, exclusiv für den Syris-Legion. Während die Refugee immer wieder sterben? Exactly. All right, ich bringe dir die letzte Cargo. Target spotted! Elimination Doctrine initiated. Osiris-Legion spotted me. I might need... I'll help you. Hold on. Hey, we have to hurry. Acolyte Serene arrives any minute now. It could not be that. I think they die. Complete? No, da war doch der Apex Predator. Area cleared. Nicht bekommen, oder was? Acolyte Serene arrived. Let me do the talking. Please? Seeker Nara. So we meet again. I asked for some advice. To secure the cargo. But you brought judgment upon the corrupt. Yes, Acolyte. Wonderful. Now take the supplies to those in need. Seeker, a word please. Acolyte Serene. My disciples must prove themselves. And I respect that. The circle's core is rotten. We must cleanse it of this pestering corruption. You may check on the others. Just remember, it's their journey. As it should be. Right. Serene out. Naja, noch war sie ja ganz nett. Oh, doch, doch, hat geklappt. Ein von zwei. Hm. Vielleicht muss ich hier das zweimal machen, bis ich den Level habe, damit ich das Achievement bekomme. Kann sein. Wo jetzt? So we will continue to observe. Of course. Er will mir mal die Tafel Mission geben. Okay, jetzt sind hier zwei Missionen. Machen wir mal die und dann die andere. Oh, ja. Intriguing. Nara, I am receiving a faint distress signal. Check it out. We might be able to help. What's the problem? Well, you see, the ship systems update failed. And now we're locked out. Can you help us? We'll do what we can. Hm. Haben mich abgelenkt. Ich dachte tatsächlich, die wäre von da oben, da runter, sinnloser Weise gesprungen. We should be all right now. What was your name again? It's Nara. I'll remember that. Nara. Thanks. And take this for yourself. I am still. We're now close to Serene's coordinates. I am detecting high priority communication. Relayed by that beacon. All right. We'll check its logs. Initiate download. Completed. You'll find this encrypted communication interesting. Sire 1 down. I repeat, a heretic killed Sire 1. Target is on the run. Requesting assistance. A disciple? Should we check on them? Yes. Sounds like one of Serene's lessons. They are not far, but moving very fast. Was verstehst du und so schnell? Discipleship spotted. Should we intervene? Not yet. For now, we just follow them. Forza, open a channel. Done. This is Nara. Do you need assistance? Hey there. Don't mind me. My teacher wouldn't like... Oh no. No! I think Acolyte Serene prefers your survival. You know her? Then yes. Please help me. Targeting your pursuers. Your face. Please. Get those corrupt bastards off me. I'm on it. Disciple how you have gone. I... I'm good. Damn, that was close. Nearly there. Hold on tight. I'm trying. Got the last one. You're free, Disciple. Better keep moving. They could still be around. Hmm. Komisch, ich hab das Achievement nicht bekommen. Ist das jetzt das Item, warum ich so schnell bin im Gegensatz zu denen? Good point. I mean, hey what is this last train? ARD DOESN вариант You were improving. Entend. Aberta ist ein zweiter deriz�rainer. Sehrины die Sozialei. I map es möglich. Du hast zu inu... олive fahren Regularle Du bist sehr vorsichtig. Ja, ich bin. Jetzt. Ich versuchte, aber ich war seltsam der ganze Zeit. Mein Tarkat hat sogar nicht gesehen, dass der Schock kommt. Aber ihre Sicherheit hat. Ich muss einen neuen Lesionnaire für Klenz sein. Klenz? Hör, es ist besser zu bleiben für jetzt. Fokus, prepare. Don't rush es. Du bist einfach wie Acolyte Serene. Hier, das ist für deine Hilfe. Es gehört zu meinem Tarkat. Oh. Danke. Vielen Dank. Leere. Sternen wird damit erhöht. Sobald der Drift endet, wird das Ritual des Sternen automatisch fortgesetzt. Das ist natürlich eine starke Kombi. Apex. Hat mir leider kein Achievement gebracht. Brauche ich das auf Level 5? Glaube ich nicht, oder? Erstmal muss ich mir mit der Laserkanone arbeiten. Sie hat gesagt, Klenz. Ich habe gehört. immer diese weiten Reisen. Immer diese weiten Reisen. Immer diese weiten Reisen. Das ist ein Signal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh nein. Jetzt ist es auch weg. Was ist das? 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 Wo ist die Anbetrachtung? Was ist das? Wo ist der Magistion-Buch? Was ist das? Was ist das? das ist der streifen von dem teil aber ich sehe keine erwarte da habe ich nicht gesehen ich bin sie die nicht die Unless we get too close. Code extraction started. You can listen in. Deserves to slowly suffer. Wretched heretic. But it's cruel. I mean, really what? 16 at most? It's divine justice. Survive? It's an absurd spectacle. It's a lesson. The boy will be cleansed of his faults. Look, he'll survive. Just like the others we put in there. Yeah. No codes found. You may kill them now if you want. I just might. Also, sie hat ja gezweifelt. Aber der andere war schon grausam. Aber das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao. Cheers! Cheers!